Dieser Fordecosport steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen grauen, 5 Thüringen, SUV Platz. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 125 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 18.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis